Ladies & Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 mit den 5 Leuten, die wir beim letzten Mal auch schon mitgespielt haben. Ja, ups. Nein, ich hab schon wieder den Schreber gemacht. Ich hab heute eindeutig zu viel Knoblauch ins Essen getan. Warum? Ich verkabe halt ein leckeres. Es gab feurige, feurige Schweinelachs-Paella. Ich sage, Peter ist halt ein Stinker. Hast du die selber gemacht, Peter? Ja, die hab ich selber gemacht. Boah, leck mich am Arsch. Peter kocht, leck mich am Arsch. Ja. Ja, kannst du mal sehen. Peter selber gemacht ist nicht per Telefon bestellt, ne? Das Rezept bestellt. Selber gemacht ist auch nicht die Tüte aufgeschnitten. Nein, ich hab alles selber gemacht. Ohne Gewürzmischung. Ohne Gewürzmischung. Schweinelachs, kein Fischlachs. Ja, den Schweinelachs, wo hast du den hergeschnitten? Wie, wo hab ich den hergeschnitten? Ich hab dann alles selbst gemacht. Von Oberschenkel. Oh. Jetzt ist Jay wieder unnustig. Oh, da wollte die Pflanze nach... Ah, nein! Oh, ich hasse diese Kurve. Moment, die war da noch ganz... Ich hasse diese ganze Strecke übrigens. Ja, genau! Fickt euch doch alle! Ja, das kann sich alles noch ändern. Da muss nur der zweite drei rote bekommen, beziehungsweise vier rote und dann noch einer rote. Ja, fünf, Peter! Nee, Jay hatte wirklich vier rote. Ja, ich weiß. Ja, du wurdest aber auch nicht von allen getroffen, würde ich mal ja sagen. LOL! Ich bin gegen die Kante geflogen! Oh, das ist natürlich ärgerlich. Und jetzt hat Peter mich rausgeschubst. Okay, ich glaube, das rennt wirklich nichts mehr. Das hat... LOL. Jay nice. Eigentlich wollte ich dich lieber treffen. Das wirst du dich von der Pflanze treffen lassen. Sehr gut. Er ist nur ein Snaps nennen. Boah, wie ich den einfach nicht kann! Sport.Coupé ist doch voll scheiße! Was ist scheiße? Was ist denn Sport Coupé da? Oh! Wer ist Zweiter? Deine Mutti. Wer ist Erster? Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, noch einen! Fuck you! Ich bin auf der Pflanze der Munde. Ja, von 2 auf 5 ey! Alles klar hier! Woo! Oh, der ist ne Banane! Die Banane ist aber richtig übel! Ich denk, genau! Richtig versteckt! Das war knapp! Oh ja, ich krieg als Fünfter nen grünen Panzer! Oh, ich kenne die Kante geflogen! Oh, Peter! Was war das denn? Was hab ich denn jetzt gemacht? Hadi ist raus, ja? Weiß ich nicht! Komm Bram, du wirst Zweiter und ich Erster, ja? Boah, ich bin das nicht... Okay. Alles klar. Ist das in Ordnung? Ja, Deal. Hey! Wo kam das denn her? Was ist das denn? Ja, hier, äh, Schiedsrichter, äh, Stewards, die sprechen sich ab. Das gibt es ja wohl nicht. Boah, was krieg ich hier für Fick-Items eigentlich? Nein! Fehler gemacht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was macht Chase? Ich bin hinterhergefahren. Genau perfekt! Sehr gut! Das hätt' man das noch mal ausdiskutieren müssen, glaub ich, in dem ersten Bezweifelplatz. Boah, erstmal in die Bannade eigentlich immer, oder? Boah, was für ne Scheiße, ey, ganz ehrlich. Boah, da fahre ich fast in meine eigene Bannade! Ihr könnt mich doch alle mal am Arsch lecken! Ich bin gegen die Pappe... Alter, was? Alter, mein Headset. Ja, erster und zweiter. Jawoll! Sehr gut! Wenigstens etwas! In der letzten Kurve habe ich wieder einen roten Abbruch. Okay, dann der vorletzten. Alter, am Arsch lecken könnt ihr mich. Ich fand's cool. Du bist halt Scheiße-Präder. Alles okay. Wer ist da gerade letzter geworden? Weiß ich nicht, von wem du redest. Ich! Hä? Ne, Hardy ist letzter geworden. Was? Hä? Wie? In der letzten Folge. Achso. Was? Was? Hat keiner gesehen. Was? Was? So, Christian, welche Strecke wählst du jetzt wieder aus? Das letzte Mal ist Peter Strecke war gerade. Achso. Okay. Jetzt ist Peter dran mit auswählen. Ah ne, jetzt... Nein! Alles okay. Ah, mal zur Abwechslungs-Dobrela. Ich komme jetzt echt... Ohne Spaß, können die nicht mal eine Kakariko Strecke bauen? Nein! Die sollen mal Strecken bauen aus anderen Nintendo-Spielen. Wo du dann nicht das Kakariko-Dorf fährst oder so. Voll geil. Boah, das wäre der Hammer, Alter. Donkey Kong wäre auch geil. Ja! Warum eigentlich... Ich wollte gerade sagen... Es gibt doch schon Donkey Kong-Setting. Ja echt, was? Ja. Mich wundert allerdings wirklich, dass... Das ist kein... Kein Zelda-Setting in der Super Mario-Card gibt. Oh leid. Ich meine... Donkey Kong ist jetzt ja auch nicht Super Mario, oder? Ich finde, die könnten auch andere Nintendo-Charaktere machen. Ich finde, die kommen jetzt irgendwie über Super Mario-Böse. War der böse Gegner, ne? Ja, eben. Jetzt habe ich kein Item gekriegt, Scheiße. Hm. Okay, ich zähle jetzt mal die. Wie lange ich Erster bleibe. Ja, komm mal. Ich zähle. Ja, können mich mal wieder alle am Arsch lenken. Bist du dann eigentlich? Der ist schon hinter dir und baut Speed auf, Hadi. Also, Mann. Krieg ich gerade nicht. Oh, jetzt bin ich süß und ich werde leider leer. Oh, ich habe drei rote. Nehme ich die jetzt für Jay? Oh! Da bist du selber reingefahren. Da tut mir leid. Du hast nur noch zwei rote. Müsst dich schön hintereinander schießen. Oh, da kommt der Nächste, ey. Komm, ganz ehrlich. Also. Oh, guck mal. Oh, Bombe! Hat Peter die erwischt? Ja. Oh, ne. Ach, komm. Ja, Chris, verpiss dich einfach. Komm, hier. Ja, habe ich vor. Oh, Münzen. Wobei, die waren gut. Jetzt habe ich zehn. Ich wäre froh, wenn ich überhaupt über fünf Münzen komme. Ey, dann sammeln doch nicht nur welche ein, du Arschloch. Ja, wieso denn nicht? Ja, weil ich auch noch welche brauche. Ja, okay, dann. Schick so. Alter. Fuck you mit deinem grünen Panzer. Hadi, wie viele Sekunden warst du vorne? Nein, ich bin rückwärts gefahren. Äh, irgendwas um die 30 rum. Du bist rückwärts gefahren? Hast du weiter nicht gezählt, oder was? Ich bin in die zweite Richtung gefahren. Ja, ich habe es irgendwann aufgrund von Konzentration habe ich es aufgegeben. Oh, hier. Leute, wo fliegt denn mein Bumerang hin? Ah, die. Soll ich das jetzt für dich aufbörsparen, oder Christian? Nein, komm, ich bin so selten erst. Oh, nee, komm. Boah, Alter. Und Dritter. Ja, ja, schön. Allein schon nur deswegen. Also ich gönne das mal aus. Also Christian, wenn ich nicht mal rot bin. Hä, seid ihr schon durchs Ziel eigentlich? Nein. Oh, nein. Neues Fehler. Ey, das ist so behindert, das Spiel, was du einfach mit diesen behinderten Items rausholen kannst. Das ist so krank, ey. Und Tristek, griff mal rote ab. Nein! Oh nein, jetzt habe ich auch einen Fehler gemacht. Oh, sehr gut. Aber? Neu. Alter, ist das knapp. Aber geht's denn? Ja! Nein! Nicht jetzt! Roter! Boah! Ich bin erster geworden! Und wer hat den Roten noch abgefeuert gehabt? Jetzt krieg ich ein Küsschen von Mama. Ja, Brommen wahrscheinlich. Ich bin nicht mal ins Ziel gekommen! Nein! Ich hasse diese Strecke! Ich finde, da dürftest du keine Punkte kriegen. Moment, Peter, du hast diese Strecke! Nein. Ich finde die Strecke cool. Ich finde, die könnten wir eigentlich noch mal fahren, Dennis, oder? Oh, oh. Nee. Nee. Warte, warte, warte. Hat gerade jemand das N-Wort gesagt? Ja. Ja, nee. Achso. Äh, oh leu. Ihr seid solche Spaß. Hahaha! WTF! Jetzt entbrann die andere. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Voll geil. Find ich gut. Ich mag die Strecke. Ich auch. Aufs Sache Peter wird schätzt. Nicht in Ordnung, ne? Ja. Gib geil davon. Geil davon. Wieso? Ja. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Ja, gib mir ne Münster als letzter, ist klar. Auf jeden Fall. Aua! Immer her damit. Du bist gar nicht letzter, ich bin letzter. Ja. Hektalakito. Nein. Ach, ich verschläge von Mutti. Fick dich, Hadi! Was ich sehe, die Bananen der Hadi hergeflogen ist direkt. Komm schon, ich will nicht wieder letzter werden. Erstmal Bram von seinem Thron da vertreiben. im ernst da kämpfe ich mich ap davor weil er kriegt hier direkt die rote und ich krieg sie ab zwar das war so wie sich das gehört ja du bist erster das korrekt packen müssen halben meter kann ich mir denken so nicht mein freund ich hab so krass auf meinem bildschirm direkt hinter dir sein wie so aus online christian verpiss dich die strecke ist doch voll schön ist so schön der schnee schießt an so ins gesicht ist doch mal die gute laune und die wird er jetzt verlieren wieso ach das ist doch scheiße ja alles letzte ja bin ich ja auch für die dominierung die aufnahme ist echt geil für die für die gesamtwertung gesamt gesamtwertung aber wie ist das jetzt eigentlich wird selbst nicht mit fährt kriegt er dann null punkte er macht dann halt nicht bei einem mit es gibt ja die gesamtwertung ist ja aufgeteilt in er stimmt pro rennen und insgesamt und so darf ich jetzt nicht verkacken als wir haben ja wohl troll modus aktiviert aktiviert und noch mal den ersten machen jetzt überhaupt sagen wenigstens auf dem treppchen ist mir egal noch mal den so hat er schon ist auf ach komm mit dir ja und kein item bekommen ist klar irgendwer hat hatten da peter hat nach mir mit mit ihr hütchen geworfen was ne weiß ich nicht ja das macht ja auch nix aber das rote kam mir genau vor die karre das sah richtig aus ohne spaß ich hab zwei meine münzen bekommen eh auch halt wir müssen das schon ein eigenes Thema durchfahren mach ich gar nicht komm wieder ne gar nicht alter verdient 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 Blume ist auch echt immer heavy. Ja, die ist in der Tat heavy. Ich will dann da alle einfach abschießen. Alter. Ich bin gerade in die falsche Richtung gefahren. Wir spielen die Strecke jetzt zum dritten Mal hintereinander. Ja, aber der Stern, da fährst du ja quasi von alleine. Und der hat mich gerade voll in die falsche Richtung gelenkt. Jo, Peter! Na weh, du hast drei. Nee. Hab ich nicht. Fick dich! Nein, hab ich nicht. Ehrlich nicht. Tschüss, Peter! Hahaha! Ja, du bist doch noch da, Peter! Ich weiß gar nicht, wie du willst. Ach komm! Ja, ja, komm! Fuck you! Ja, ist klar! Du scheiß Shy Guy, ey! Ich bummst deine Mutti in deinen Kurbel schon mit der Maske rein, ey! Machst du schon so einen Lutschmund? Wieso kriegst du drei und ich nur einen? Ja, weil ich letzter war. Das ist nur fair. Boah! Double Hit, alter! Ja! Komm schon! Das ist nice! Und dann kriegst du auch noch einen Stern, der hält doch viel länger! Das ist alles ungefähr die Items, ey! Oh Mann ey! Oh Mann ey! Das reicht nicht fürs Treppchen, oder? Komm schon! Zweiter! Doch! Dritter! Nee, Zweiter! Voll geil! Juhu! Ja, die sich echt Vize-Kuchen-mäßig immer freut! Wie freu ich mich? Du bist echt wie Vize-Kuchen! Ah, Zweiter ist okay! Ist gut für die ewige Statistik! Ja, du hast besser! Du musst Erster werden! Ja, Erster ist besser! Absolut! Aber gegen Peter kommst du ja nicht an! Ja, ich weiß, du bist gerade Erster geworden. Ja, Peter hat halt mal einen schlechten Tag. Aber Jay ist ja auch nicht schlecht. Das ist Peter in der Gesamtwelt schon aber auch gut vorne. Ja, das ist wahr. Das stimmt. Ich danke vielmals für Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich muss mal eben kurz schiffen.